Es ist dem Feind gelungen, die Front in Breiterformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marzdorf-Karfshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum, Keitel, Jodl, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer sind Sie? Der Angriff Steiner war ein Befehl zu widersetzen! Oh, mein Gott, ist das einfach genau! Der Minister hat mich verlogen! Der Minister hat mich verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist im Zweiter so ein Haufen niederverrächtiger, treuloser Feindlinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrühten... Ich sei Feindlinge! Verreicht, ein Verzahler! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch geschmolcht des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generalität, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu lernen, wie mein Messer da behält! Jahrelang hat das Militärakademie nur behindert! Es hat mich gegeben, nur für den Widerstand in den Weg gelegt! Es hat der Guter an die Zahl! Und da, wenn alle höhere Offiziere liquidiert zu lassen, wie ich da bin! Ich war leer von der Akademie, und da habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganzer Rapper erobert! Verräter! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es war ein ungeheuerer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das Saufen in ihrem eigenen Blut! Was? Bitte gerne! Jetzt verrunde ich dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprachen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Das ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich das mit Berlin verlasse, helfen Sie sich derweilig. Eher jagt ich mir eine Kugel durch den Kopf. Tun Sie, was Sie wollen.